Thorsten Lieberknecht, nur drei Punkte in der Rückrunde, schlechteste Mannschaft in der Liga. Was ist los? Absolute Katastrophe, was wir da natürlich zusammenspielt. Im Keimspiel konnten wir irgendwo das zeigen, was wir in der Vorrunde gezeigt haben. Also bei uns ist die Kacke echt am Dampfen, ja. Ja und jetzt fehlen noch Teuerkauf mit Magen-Darm und Krupke mit Wadenproblemen. Wie soll das gehen heute? Ja gar nicht. Also wir haben uns überhaupt gefragt, ob wir hierher fahren sollen. Aber wir haben uns dann doch entschieden, weil wir schon mal hier waren, und wir haben gesagt, okay, dann fangen wir mal an, zumindest auch elf Leute auf den Platz zu bringen. Also die, die da sind, werden mit Sicherheit versuchen, was zu holen. Und was? Ja, das Optimum, drei Punkte. Klingt sehr optimistisch. Dankeschön. Danke auch.